Aaaaaaaah 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 Aaaaaaah Der der letzte Runde den Affen gespielt hat Hat mir auch noch Syndra gebannt He Aaaaaaaah Aaaaaaah Aaaaaaah Aaaaaah Aaaaaaah 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 Shaco Jungle, Ernst Das ist doch voll Krebs Aaaaaah 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 A percent Bthe Es ich beim Zockenux Aaaaa Aaaaa A a hacker Aaa I will bury the world in ice. Was? Ich hab ja schon das richtige gepäck. Rater Junge. I will be here to die. Oh my. Ey, jedes Mal, wenn ich diese einzeile, dann willst du mir hier reinballern, zu gut. Das war's für heute. Das war's für heute. Was, nochmal? Oh, ey, irgendwer mit seinem Mikrofon. Das war's für heute. Denk daran, wenn sich zwei küssen, bilden sie einen langen Schlauch mit ihren zwei Arschlöchern. Okay. Oh, fuck. Das war's für heute. Ey, das ist das ganze Game, ich will mich verlieren. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, hört sich ja so gut an. Welcome to Summoner's Rift. This is but a battle. We'll have only one more. Okay. Okay. Mehr Witze, ja. Ich will restore Freljord's greatness. Das war's für heute. Ich bin so lustig, oder? Ich bin so lustig, oder was? Ich bin so lustig, oder was? Ich bin so lustig, oder was? Ich bin so lustig, oder? Ich bin so lustig, oder was? Ich habe meine Cue auch keine Ranger. Ich sehe die Dinge klar. Die Bezüge kommen und gehen. Ach, ich bin scheiße. Sollte man auch diese riesige E-Zigarette aus der Hand nehmen. Geht das ausführlicher? Ich wollte das Minion-Fee helfen, ne? Was wolltest du jetzt treffen oder gar nichts? Jetzt hab ich so witzig gehört, ey. Puh! Wie schaust du den Rotz her? Mal gucken, wie lange. Nee. Tch. Los doch! Richtig. Erstmal vorher da reingeschumpft, ey. Oh lol. Komm, bleibt noch was auf der Lane. Ich hab kein Lick, nein. Oh, guck, guck mal. Ich bin da mal weg, ne? TAYENA AFK! 90 erledigt, ne? Sollte man auch wieder weggehen. Soll gar nicht hier hängen kommen, ey. Ja, guck mal her. Meinst du? Kommt noch her, wenn ich raus. Was? Die Watchers will return. Okay. Guck mal, der Angst hat 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 Guck mal, der Angst hat 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 Nö, der Angst hat 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 Der Angst hat, der Angst hat, der Angst hat Der Angst hat Die Angst hat, der Angst hat Was? Habt ihr surrendered? Oder wolltet ihr's? Ahhhh Was zur... Die Ehe hat ja noch geklappt Ich kann nicht mehr damit gerechnet, dass ich doch wirklich nur schaffe, die zu usen dahinten Endrage Halte sie ihn, der hat mein Mess Warum so Teufel hab ich mit Lissandra immer so viele Assists? Ich bin wie unser Supporter, nur mehr Kills und weniger Assists Ich bin Eternal Die Krieg kommen und gehen Ich bin Eternal Ich bin Eisbord Ich bin Eisbord Ich bin Eternals Ich bin Eternals Ich bin Eternals Ja, ich bin mein Bot Lane. Sie können nicht die Köln kämpfen. Dein Team hat eine Turren verloren. Du hast meine Bot Lane verletzt. Ich bin mein Bot Lane. Ich komm wieder einmal in den Kill gelaufen Ok Das war's für heute. Was? Triad wo? Der geht einfach voll steep, scheiße auf alles. Oh weg die scheiße. Ich wusste irgendwie, dass er jetzt stirbt. Was ist Baserace? Wer die meisten Baron Kills hat? Was ist das, was ich jetzt noch weniger? Hey Finger weg. Du bist ein Arsch. Fick dich. Trotzdem. Ich will mehr spammen. Du bist ein Arsch. 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 Ich bin ein Arsch. Das ist nur ein Krieg. Ich habe bereits die Krieg gewonnen. Niemand wird sie vergessen. Unstoppable. Ich habe doch nur Freunde gesucht. Das weiß ich auch nicht mehr. Oh nein, ihr kennt jetzt nur nicht den Baron während ich gerade tot bin. Jetzt kann ich wieder B gehen. Formatiert ihn Okay, der war nicht schlecht Formatiert ihn Der Unziehen-Feed ist der deadliest I see things clearly Hey, wo ist der denn da? Na ja, Yasuo hat schon recht verloren, der ist nicht den normalen Weg gegangen Ich weiß ja nicht was der Yasuo da großartig macht, aber... Shit, ist zu spät Plans within plans This world has forgotten its power Shit Guck mal her Ich glaube, Poppy hat gerade verdammt visiert Hahahaha Hast du den Vorherzer? Guck NOOO Die antocht hier